So, jetzt sind wir mal auf der Köln-Düsseldorfer. So sieht das hier aus. Da ist die Britta. So. So. So, das hat mir mal wieder die Stadt hier kredenzt. So eine billige Fahrt. Wir werden sehen, was geschieht. Wahrscheinlich soll ich untergehen, deswegen habe ich das umsonst bekommen. So Britta, was glaubst du denn, gehen wir unter heute? Ja, könnte sein. Das Wetter ist danach. Ja, ne, also es sieht wirklich schrecklich aus irgendwie. Heute ist unser Untergang. Jetzt hör auf, hör mal. Also ich mach jetzt mal erstmal wieder eine Pause, bis gleich ist, geht gleich los, falls ich dann auch lebe. Okay, ruhig nach oben. Okay, ruhig nach oben. So, das ist die Willi Ostermann. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Wie ein nehm. Ist das für dich, sie selber zu ihr. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Sie sind, wie ihr seht. Das ist die Drachenfels. Ja, die Kölner Altstadt sieht einfach gigantisch aus. Von hier. Das ist die Drachenfels. Die Kölner Altstadt zum Steckladen re belki und stirbt. Die Kölner Altstadt-Könner ist ins Kölner Altstadt-Könner. Now, ein Auto-Stand im Stcast. Das ist ein Auto-Stand. Ich bin ein Auto-Stand. Ich bin ein Auto-Stand. Jetzt schon mal das Auto-Stand. Ich bin ein Auto-Stand, um Auto-Stand fertig und so gut. Das ist die Körstelle, ich bin fertig. Aber das war so, das habe ich jetzt den Bühnen. Ja, wir sind ganz alleine an Bord, einfach vielen Dank für die schöne Fahrt hier, ist wirklich toll. Oh, also Köln hat wirklich was zu bieten. Hallo Leute, das ist geil hier. Und, das ist geil hier. Schokoladenmuseum, super. Und, das ist geil hier. 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 Und, das ist geil hier.